Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten freie Presse-News-Sendung im neuen Jahr 2019 und ich begrüße wie immer an dieser Stelle meine sehr verehrte Kollegin Niki Vogt. Hallo Niki. Ja, hallo Wolfgang. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, doch, also das war schon. Meine alte Tante, die in der Französien war, die nannte den Zustand am anderen Morgen Mallow Cheveux, Haarspitzenkartar. Ja, doch, also es hat mich doch schon übel erwischt, aber ich muss auch sagen, daran habe ich ja nun selber auch dann die Verantwortung zu tragen, von daher. Na gut, aber jetzt bist du einsatzfähig. Genau, genau. Und ja, das alte Jahr ist ja, das neue Jahr hat ja gleich mit vielen Hammernachrichten angefangen, die wir jetzt gar nicht alle aufgreifen können. Die ganzen Geschehnisse in verschiedenen Städten zu Silvester, die dann auch wieder verschwiegen wurden und sich dann erst später herausgestellt hat, wie aggressiv dort gewisse Bevölkerungsgruppen gegen die Polizei auch vorgegangen sind, dass wieder Frauen belästigt wurden. Ja, wir sind ja schon wieder eine Woche weiter. Eine positive Meldung. Die erste ist ein wichtiger Sieg. Es gibt eine öffentliche Anhörung der Petition gegen den UN-Migrationspakt und das haben wir unserer Kollegin Vera Lengsfeld zu verdanken. Der man wirklich gar nicht oft genug sagen kann, dass sie eine wirklich großartige Arbeit macht, finde ich. Ganz genau, ganz genau. Und am kommenden Montag um 12 Uhr im Bundestag ist es soweit. 50.000 Unterschriften sind erreicht worden. Und genau wie bei der gemeinsamen Erklärung rechnet Frau Lengsfeld, auch damit, dass wieder die üblichen Absagen kommen für interessierte Bürger, die dem Ganzen dann auch zuschauen und zuhören möchten. Und sie weist nochmal extra darauf hin, dass genügend Plätze vorhanden sein werden. Sie kennt sich ja aus mit dem Bundestag als ehemalige Bundestagsabgeordnete. Und ja, wir sind gespannt. Das Ganze wird ja auch live im Netz übertragen und das werden wir dann natürlich auch auf unseren Seiten bringen, dass unsere Leser da sofort informiert werden. Finde ich eine super Geschichte, ja. Ja, also offensichtlich können sie nicht mehr so ganz drumherum, ne? Genau. Und dann, es gibt ja immer wieder Kritik an Petitionen. Ja, da ist man ja Bittsteller und sowas. Sehe ich auch so. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, dass man damit einfach eine breite Öffentlichkeit erreicht, auch wenn das Ding vielleicht gar nicht von Erfolg gekrönt sein sollte. Man hat einfach da eine Ausstrahlung, die eben auch dann im Fernsehen stattfindet. Bei Phoenix wird das live übertragen. Natürlich alles, was im Bundestag stattfindet. Und dann erreicht man eben auch Leser und Zuschauer, die wir mit unseren Seiten sonst eben nicht erreichen. Und das ist doch einfach dann der Mühe auch wert, eine solche Petition einzureichen, auch wenn man weiß, es bringt am Ende, wird es den Gesetzgeber nicht zum Einlenken zwingen. Ja, es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt. Die Tatsache, dass immer getrommelt wird, die Leute sollen doch zu Wahlen gehen, hat schon ihren Grund. Denn dieses System braucht seine Rechtfertigung, seine Legitimation. Und je weniger Leute zu Wahlen gehen, umso dünner sind deren Prozentanteile. Dann ist also die größte Wählergruppe sind ja bereits schon die Nichtwähler. Und das macht das Fundament dieser Politikszene doch sehr wackelig. Und die Petitionen sind ein gutes Mittel zu zeigen, dass hier große Mengen von Leuten bereit sind, sich mit Namen, Gesicht und Unterschrift zu engagieren, dass es eben nicht so ist, wie sie gerne tun wollen. Wir sind mehr. Sie sind gar nicht mehr. Die sind nur lauter. Und das kann man doch immer wieder mal vorführen. Es soll einfach nicht möglich sein, dass es nachher immer heißt, ja, es waren ja alle einverstanden, hat ja keiner was gesagt. Nein, es ist so richtig. Und deswegen hat man ja auch versucht, auch diese Petitionen erstmal der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Es gab ja da mehrere Berichte dann auch bei David Berger auf Philosophia Perennis. Und dann wurde sie freigeschaltet und man hat sich da ein bisschen herausgeredet. Nein, das Ganze beruht da auf einem Missverständnis. Ja, tja. So ist es halt, ja. Ja, klar. Das sind so viele Missverständnisse. Das ist wirklich rührend. Aber man macht zumindest mal ganz klar, dass am Volk vorbeiregiert wird oder an sehr großen Gruppen des Volkes. Und man kann sich wenigstens artikulieren, wie du so schön sagtest. Und es ist nicht immer alles nur unter dem Mantel des Schweigens. Und man könnte es nicht mehr so tun, dann eben so, als wäre eben gar nichts. Was wollen sie denn eigentlich, die Leute alle? Es ist doch alles, da haben wir auch nichts gesagt dagegen. Und ja, hättet ihr mal was sagen müssen, dann hätten wir es ja ganz anders gemacht oder so. Genau. Hätten wir eine solche breite Öffentlichkeit zum Beispiel bei der Einführung des Euros gehabt, dann könnte man auch nicht sagen, so die Mehrheit der Deutschen war damit einverstanden. Mehrheit der Deutschen war, glaube ich, sehr kritisch gegenüber eingestellt. Aber es gab ja gar keine Möglichkeit. Und damals war das Internet noch nicht so verbreitet wie jetzt, da groß Einfluss zu nehmen. Und ja, so ist es halt richtig. Also da kann man der Vera nur danken, wie mutig und unbeeindruckt sie vorangeht. Das finde ich einfach toll. Und dann Vera Lengsfeld wird gleich nochmal zum Thema werden, aber dazu später mehr. Bei dem sogenannten Hackerangriff, der jetzt ja in aller Munde ist und laut verschiedenen Medienberichten aus AfD-freundlichen Kreisen stammen solle. Ja, das ist wie die Russen bei der Wahl in den USA, ne? Genau. Da gibt es hier bei Uwatch einen sehr brisanten Artikel, das eben Anonymous einem CSU-Politiker, also die meisten Datenlecks bezogen sich eigentlich nur auf Adressen und Privatnummern und weniger private Konversationen. Aber hier ist ein CSU-Politiker, der wird mit Kindesmissbrauch in Zusammenhang gebracht. Er soll einen 17-jährigen Syrer zu sich nach Hause genommen haben und auch mittlerweile wegen Kindesmissbrauch angezeigt worden sein, weil er eben diesen jungen Mann dort belästigt haben soll. Und bezeichnend aber ist natürlich, auf der einen Seite heißt es ja, die AfD ist ja nicht betroffen von dem Datenleck, dass also sämtliches Material auch schon älter ist und es nicht nur ein einziger Hackerangriff gewesen sein kann. Und als die Daten aus dem Bundestag erbeutet wurden, da gab es... Da ist die gar nicht drin, ne? Genau, da ist die AfD nicht drin. Dann kann man von denen eben auch keine Daten haben. Und das Geschrei ist jetzt groß, als aber eben tausende Adressen von mutmaßlichen AfD-Mitgliedern bei Indymedia veröffentlicht wurden, aufgrund der Veröffentlichung dann auch wieder Anschläge und Angriffe auf verschiedene dort geleakte Personen unternommen wurden. Da war das Geschrei wenig. Da hat man eigentlich nichts gehört. Ja, das ist immer so. Guck mal, Amberg hieß ja auch nicht Hetzjagd, sondern es war eine Prügeltour. Genau, ja. So ein bisschen was Folkloristisches, was auch Bayern machen, wenn sie zu viel getrunken haben, so nach dem Motto, hier haben wir hier und hier kräht, da hängt die ins Augen aus. Da habe ich ihm heute immer erst über den Schädelzungen, so in der Art. Genau. Da wird immer sehr gerne mit den Begriffen und den Konnotationen und was das Wort so in einem auslöst. Genau, das sind dann Messerstecherei statt Messerattacke. Wenn also nur einer ein Messer in der Hand gehabt hat, dann ist es ja keine Messerstecherei unter zwei gleichberechtigten Parteien, sondern da wird einer mit dem Messer attackiert. Das ist ja dann wohl ein Angriff. Aber gut, so wird es halt dann gemacht. Und was ich hier zeigen will, es gab ja ein Video Mitte Dezember, Heiko Schrang im Interview mit Vera Lengsfeld. Und da haben doch findige Journalisten von der FAZ was herausgefunden, dass unter diesem Video ein Account namens Root Access, ein YouTube-Account, den Link zu dem Orbiter-Blogspot geschickt hat, wo die ganzen Leaks veröffentlicht worden waren. Das hat niemand beachtet. Ich habe also diesen Kommentar von Root Access auch bei Tichys Einblick gefunden und auf vielen anderen Seiten. Und die Kommentare mit den Hinweisen zu den Seiten, die finden wir auf etlichen Seiten, unter etlichen YouTube-Videos. Und dass sie jetzt ausgerechnet hier nur das Video von der Vera Lengsfeld rausgepickt haben und sagen, guck mal, da drunter wurde es auch verbreitet, aber nicht weiter beachtet. Das steht dann halt auch schon drin. Das ist doch auch so eine kleine, wieder der Versuch, uns damit in Zusammenhang zu bringen. Und ja, ich kann halt nur für mich da sprechen. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn irgendjemand aus den freien Medien dieses Material angeboten worden wäre, hätte ich davon Wind bekommen. Also bei mir ist kein Hacker, hat kein Hacker-Kontakt aufgenommen und gesagt, ich hätte da mal was, anders als bei diesem Journalisten, der darüber berichtet hat, also ein Mainstream-Journalist, uns damit jetzt in Zusammenhang zu bringen und dann auch noch sagen, das kommt aus AfD-Kreisen. Das halte ich halt doch ein bisschen, ja, für eine ziemlich krasse Maßnahme. Und ich zeige jetzt hier auch mal hier, das ist der Account bei YouTube, RootAccess. Und mit dem gleichen Namen gibt es mehrere Twitter-Accounts, Blogspot und WordPress-Accounts. Ob das immer der gleiche ist, auf jeden Fall, eines kann man wohl mit Sicherheit ausschließen. Bei dem Herrn, der das hier benutzt, handelt es sich mit Sicherheit nicht um den Hacker. Also so dumm kann dieser Hacker gar nicht sein. Also das würde, das würde selbst ich sofort als völlig ein Dummschiss, also das fiele mir nicht ein, mir die Pferde direkt ins Haus zu legen. Ja, also mit einem YouTube-Account dann darauf hinweisen und so. Also das ist einfach blöd, das kann man durch eine Abfrage herausfinden, wer das ist. Also Behörden sowieso, die haben es ja noch viel leichter, als wir ein Auskunftsersuchen an YouTube zu richten. Und das bekommt man dann auch relativ schnell. Und dann weiß man auch IP-Adresse und kann den Herrn da oder die Dame oder wen auch immer oder das Kollektiv da ausfindig machen. Das ist mit Sicherheit jemand, der Kenntnis dann davon hatte und das dann da überall gesetzt hat. Vielleicht auch jemand, der extra eine falsche Fährte gelegt hat. Mit Sicherheit das, würde ich sagen. Und 90 Prozent. Genau, weil mit diesem Pseudonym wurden halt entsprechende, wie es dann heißt, islamfeindliche Kommentare überall hinterlassen und so. Das weist ja dann direkt auf ein AfD-freundliches Umfeld hin, in dem sich der Herr dort bewegt. Und dann kann man schon sagen, guck mal hier, das war die AfD oder die haben das finanziert oder die profitieren davon. Und Putin am besten noch gleich mit dabei und Trump und keine Ahnung. Das ist einfach eine... Ja, weißt du, ich sehe diese Sache als, wir schmeißen mal zuerst mit Dreck, damit das dann nachher bei uns nicht so reindonnert. Denn die sind echt, die haben ja echt Panik da jetzt in Berlin. Denn das, was bisher rausgekommen ist, bis auf diese eine Geschichte mit diesen CDU-Abgeordneten, war ja eigentlich mehr so private Verbindungen, Handys, Telefonnummern und Adressen und irgendwelche E-Mails oder sowas, wo man dann schon sagen konnte, oh, die Art und Weise, wie vertraulich und freundschaftlich hier die Mainstream-Journalisten mit den Spitzenpolitikern und anderen umgehen, lässt ja schon tief blicken. Also das ist keine Unterstellung, aber wenn man das so sieht und liest, denkt man schon, naja, das wundert einen nicht, wenn die auf einem so vertraut freundschaftlichen Fuß miteinander umgehen, dass diese Mainstream-Medien die Politiker nicht erbarmungslos in die Zeige nehmen, wenn sie irgendwas gefunden haben. Das behaupte ich jetzt mal, ist eine Möglichkeit, die man durchaus als eine Reale daraus entnehmen kann. Das zweite ist, man hat ja schon vorbeugend behauptet, ja, also da wird bestimmt auch dieser Hack dazu benutzt werden können, Fake News über die Politiker in die Welt zu setzen und völlig falsche Anschuldigungen zu erheben. Also das ist jetzt schon mal eine vorbeugende Handlung, damit man nachher sagen kann, ja, ja, wir haben ja gleich gesagt, nein, nein, also das ist alles Fake und das haben wir ja uns gleich gedacht. Und das ist jetzt einfach so dazu erfunden worden, weil sie wissen, was ihnen da zum Teil bevorsteht. Sonst hätten die nicht ständige Meetings untereinander, wo sie überlegen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, ich denke mal gegen den einen oder anderen Politiker, wie auch damals bei Hillary Clinton, wäre durchaus mal ein Ermittlungsverfahren angebracht, wie leichtfertig sie da mit ihren Daten umgehen. Das wäre mal die erste Konsequenz daraus, dass da vielleicht auch private Kommunikationsgeräte benutzt worden sind für vertrauliche Daten. Und dabei handelt es sich ja grundsätzlich, wenn man eine geheime Telefonnummer anruft. Dann ist das einfach so ein fahrlässiger Umgang und da sollte doch dann bitte auch ermittelt werden. Und andererseits, es hat jetzt hier nach Meinung vieler die richtigen Kreise eben getroffen, gewisse Journalisten und sonst was. Und wenn man einfach mal sieht, wie der Bürger, der normale Bürger ausspioniert wird, wie wenig, wie gering das Entsetzen war über die NSA-Datenspionage. Da ist, ja, es hat gar keine Konsequenzen gehabt. Und das jetzt dann Grüne ausgerechnet, ja, grüne Parteispitze erstattet, auch nochmal Strafanzeige. Das sind die, die ja einerseits immer den Staat ablehnen, andererseits immer nach totaler Kontrolle schreien und sind jetzt selber betroffen. Du, das erinnert mich an eine hübsche, wenn ich das kurz einflächeln darf, eine hübsche Szene, ein guter Freund, der also immer, ach, scheiß Staat, scheiß System, scheiß, scheiß, scheiß. Und wir fuhren durch ein Dörfchen, das ich nun mal kenne und das hat am Straßenrand einen Vogelkasten, der aber aussieht wie ein Blitzkasten. So, und der Bekannte von mir latscht in die Bremse, weil er denkt, es ist ein Blitzkasten und ich lache mich tot und sage, hey, das ist nur ein Vogelhäuschen, das sieht nur aus wie ein Blitzkasten. Und Mr. Scheiß System sagt, ist denn sowas überhaupt erlaubt? Kann das Ordnungsamt das nicht wegmachen? Und da habe ich gesagt, ausgerechnet du, ja. So kommt mir das auch vor. Genau, so ist es. Also ich sage, ich finde es gar nicht gut, wenn hier bei Politikern vertrauliche Daten veröffentlicht werden, besonders wenn es um Familie und so weiter geht, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Datenleaks, die allerdings brisante Enthüllungen dann eben ermöglichen, Korruptionsverdacht etc. Da ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da finde ich das dann halt wieder gut. Ich leider habe diese Fähigkeiten nicht mir so älter. Da schläfst du aber auch ruhiger, ne? Natürlich, ja. Nee, da hast du recht. Also in dem Moment, wo es darum geht, diese Leute dann privat in Bedrängnis zu bringen, die Familie zu attackieren, finde ich das auch nicht in Ordnung. Das darf man nicht. Nein, ohne, ohne, ohne. Schikane, das ist Terror. Aber dass ein Politiker, öffentlich bestallte Leute und so weiter, Journalisten, dass die in Bezug auf ihren Beruf mit Verfehlungen konfrontiert werden, das ist in Ordnung. Das ist richtig und das finde ich in allen Richtungen vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch die Aufgabe von Journalisten, so etwas natürlich mit legalen Methoden dann auch offen zu legen. Und ja, alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich nicht in Ordnung, speziell wenn es darum geht, wie es eben bei AfD-Politikern, da wird es eben verharmlost. Ja, da werden die Adressen gelegt, dann gibt es mal einen Artikel in der Mainstream-Presse darüber so, ist eigentlich nicht in Ordnung, aber man hört eben die klammheimliche Bewunderung, die hört man einfach raus. Das trifft ja den richtigen. Beatrix von Storch eine gefrorene Torte ins Gesicht geworfen bekommt und das oder das jetzt hier dieser, die den Sprengstoffanschlag auf das AfD-Büro verübt haben, wurden jetzt wieder auf freien Fuß gesetzt. Naja, das kann man so und so sehen. Ja, wenn keine Fluchtgefahr besteht, dann sind nicht, dann liegen nicht unbedingt Haftgründe vor. Das ist richtig. Ja, ja, das stimmt. Da wird ganz eindeutig mit zweierlei Maß gemessen und da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ja. Stimmt, ja, ja. Also hast du recht. Wir wollen natürlich auch nicht Verhältnisse wie in den USA, wo sie dich detained, also in Verwahrung nehmen können, so lange wie sie wollen. Also da gibt es ja, bei uns muss man ja, glaube ich, 24 Stunden, ne? Ja, gut. In Bayern sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Ja, das neue Polizeigesetz. Richtig. Und ja, das ist etwas, das werden viele sogar nicht in der Präsenz mitbekommen, dass er letztendlich in allen Bundesländern auf den Weg gebracht werden soll. Und dann wird es wieder ein bisschen entschärft. Und ja, aber in die Richtung gehen wir hier auch und ja, da ist dann der Missbrauch oder im Prinzip ist es ja schon Missbrauch, da Tür und Tor geöffnet, wenn man einfach als Gefährder eingestuft wird. Und da geht es nicht um islamistische Gefährder, sondern da geht es um Gefährder allgemein. Und das kann letztendlich jeder sein. Nach dem psychisch-kranken-Gesetz, Psych-KG, wie das in den meisten Bundesländern heißt, das Ländersache, kann sowieso jeder einfach so weggesperrt werden, wenn er sich selbst gefährdet oder eben eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Schwupp, da ist man erst mal weg und kann auch ganz schnell im Maßregelvollzug landen. Das ist einfach so. Und da, wo keine Öffentlichkeit hinschaut und man das nicht, ja, da kann das eben ganz schnell passieren. Und ja, Jahre später bekommt man dann erst mal mit. Und so der Fall Mollat war jetzt einer von vielen Skandalen und auch nur einer und der größte. Ja, haben viele heute schon längst wieder vergessen. Und ja, und er hatte auch wirklich Glück, dass er es dann doch geschafft hat. Genau, ja, weil sich da eben dann so viele Fragen aufgeworfen haben. Also da gab es dann sicherlich gewisse Deals. Und dass man dann gesagt hat, okay, dann drehen wir das Ganze so und den lassen wir jetzt wieder raus. Dann ist der Volkssorn dann besänftigt und die Rechtsstaatlichkeit so bewahrt. Man hat ja dann gesagt, sieht man, ja, sowas kann bei uns vorkommen. Aber in einem Rechtsstaat, da werden solche Skandale dann letztendlich auch aufgeklärt und in der Diktatur eben nicht. So ist ja dann die Erzählweise und überhaupt. Ich würde mal sagen, das ist eher eine quantitative als ein qualitativer Unterschied. Und ja, das ist ja, und ich denke hier mit diesem Hackerangriff, den wird man jetzt auch dazu natürlich benutzen, um bestimmte Vorschriften einfach zu verschärfen, noch mehr Überwachung auszudehnen und anlasslose Hausdurchsuchungen vielleicht auch vorzunehmen. Jetzt ist ja da auch ein Zeuge in Bedrängnis geraten, ein 19-Jähriger aus Heilbronn, der jetzt angegeben hat, meine ganzen Geräte, die waren ja schon beschlagnahmt. Und jetzt werde ich hier in Zusammenhang mit einem von diesen Hackern gebracht. Kann ich nicht gewesen sein, weil ich keine Geräte mehr hatte. Das ist... Messerstöcherei mit Daumennagel? So ungefähr, ja. So kann man es halt sehen. Also das ist, denke ich, sicherlich noch ein Thema, was uns die nächste Woche noch begleiten wird und aufgebauscht wird, was letztendlich bei rumkommt. Ich habe leider im Moment selber nicht die Zeit, dieses ganze Material zu sichten, da ich noch mit anderen Dingen beschäftigt bin. Ich hoffe, einige Kollegen kümmern sich darum und werden an der Aufklärung dieses Falls da ihr Bestes geben. Da bin ich aber auch ganz sicher. Wir haben noch ein anderes Datenleak. Da geht es um DNA. Was ist denn da passiert? Da hast du ja was... Ja, das ist, also das ist, das läuft auch so ganz unter der Decke. Wobei man sagen muss, das ist in Deutschland nicht ganz so virulent wie in den Staaten. Also man kennt hier ja auch schon mittlerweile, es gibt auch von einer dieser Firmen, die heißt Ancestry.de, also Ancestry heißt Vorfahrenschaft, kann man sagen, Vorfahren. Da gibt es mehrere Firmen und die beiden Größen sind eben 23andMe und Ancestry.de und die werben damit, dass man, wenn man seine Speichelprobe einschickt, dann bekommt man also ein genaues DNA-Profil und in der Regel kriegt man dann auch noch einen, ja, man kriegt sowieso einen Gesundheitsfragebogen, den man mit ausfüllt und auch körperliche Merkmale und so weiter. So, und dann kann man, wie gesagt, auch eben eine Analyse bekommen, ob die genetische Disposition, die man hat, eine Erkrankung in Zukunft sehr wahrscheinlich macht. Also es gibt eine genetische Disposition für Brustkrebs oder Prostatakrebs. Und da kann man vorher wissen, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit ist es, die eintrifft. Ob das dann nachher so stimmt, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, habe ich auch nicht gelesen. Aber das machen eben doch einige Leute. Und dieses Genprofil haben die dann in ihren Akten samt diesem Gesundheitsbogen. Und jetzt kommt heraus, dass diese Firma 23andMe, die für 300 Millionen Dollar ihre gesamten Genprofile an GlaxoSmithKline verkauft. Also die Nutzung. Wer hätte das gedacht, dass mit den Daten Schindluder getrieben wird. Nein, aber sowas auch. Und man muss ja noch sagen, wenn man jetzt behaupten könnte, dass GlaxoSmithKline ein geradezu untadeliger Betrieb wäre, dann könnte man doch sagen, ja, die doch nicht. Aber wenn wir mal gucken, ich habe das dann mal rausgesucht, um das mal unseren Zuschauern und auch unseren Lesern zu erzählen. Also, GlaxoSmithKline hat zum Beispiel Medikamente unter falschen Angaben vertrieben. 2012 muss es eine Milliardenbuße zahlen. Und dann haben sie auch noch illegale Instopftests gemacht, GlaxoSmithKline, und bei denen 14 Babys gestorben sind. Und die elterlichen Genehmigungen für diese Impfstofftests waren auch noch gefälscht. So, das Unternehmen wurde auch dafür verurteilt. 2016 hat GlaxoSmithKline 45 Liter lebendige, hochkonzentrierte Polioviren in einen belgischen Fluss gekippt. So, oder acht Jahre nach der Markteinführung von einem blutzuckersenkenden Mittel namens Avianda, auch von GlaxoSmithKline, hat eine Studie herausgefunden, dass der darin enthaltene Wirkstoff, ich weiß jetzt nicht mal, Rosi, irgendwas, Dingsda, Bumsda, zu einer deutlichen Steigerung des Herzinfarktrisikos führt. Und außerdem ist die Firma auch schon mehrfach dafür zu hunderten Millionen Strafe verdonnert worden, dass sie Ärzte, Krankenhäuser und so weiter schmiert. Also es ist nicht gerade der Hort der Aufrechten und Fehlerlosen. Und die haben jetzt diese ganzen, das sind Millionen, Hunderttausende, Hunderttausende von solchen Genprofilen. Und die benutzen sie aber jetzt von nichts an den Kunden, die das gar nicht geschnallt haben, was da mit ihrem Zeug passiert. Die werden sie jetzt auf dem Gebiet gentechnischer Medikamente benutzen, um damit Versuche zu machen. Genau, ich habe es nur, ich muss gerade sagen, ich habe es gerade eingeblendet. Es gibt ja im deutschen Sprachraum MyHeritage, das ist auch so ein, da kann man diesen Test machen. Der hat jetzt aber nichts damit zu tun. Deswegen sage ich nur so quasi der Disclaimer, wir beschuldigen jetzt nicht MyHeritage des Datenhandels, aber das ist einer der typischen Anwendungen. Das ist auch so, aber da gibt es keine Hinweise, dass die das machen. Genau, genau. Aber das ist ja auch ganz interessant. Na ja gut, also was jetzt damit geschehen wird, ist ziemlich klar. Natürlich gibt es Krankheiten, da würde jeder sagen, es ist doch toll, wenn man dagegen was findet, was weiß ich wie Parkinson oder eine Neigung zu Krebs oder irgendwelche Genabschnitte, die man dann beeinflussen kann, sodass derjenige das auch nicht mehr weiter vererbt. Das hat schon, auf der einen Seite gibt es da zu Recht Leute, die sagen, das ist doch eine tolle Sache. Aber auf der anderen Seite fängt man erst mal mit sowas an. Und wir wissen das ja alle, können diese Erkenntnisse und diese gesundheitlichen Folgen, die genetische, gentechnische Eingriffe Menschen haben, auch als Waffe benutzt werden. Also es ist zum Beispiel denkbar, dass man etwas entwickelt, was dann bei bestimmten Rassen, Menschenrassen oder Ethnien, wie man es auch nennen will, zu Schäden oder zu Schutz führen kann. Die eine Sorte wird geschützt und dann bringt man irgendeinen Krankheitserreger raus, den nur diejenigen überleben, die diese oder jene genetische, künstlich herbeigeführte Resilienz oder Immunität haben. Oder umgekehrt, man entwickelt etwas, was man bestimmten Bevölkerungsgruppen gibt, vielleicht da, wo man einen, sagen wir mal, Bevölkerungszuwachs in außerordentlicher Höhe verhindern will, die diese Leute bekommen und damit, was weiß ich, unfruchtbar werden oder sonst irgendwas. Natürlich, das ist ja Thema in, was weiß ich, in älteren James-Bond-Filmen schon gewesen. Und ja, immer Stoff für Science-Fiction, aber die technischen Möglichkeiten, die bestehen mit Sicherheit, dass man da, aber es gab ja mal das Gerücht, AIDS oder HIV, das sei mal ursprünglich als ethnische Bombe geplant gewesen. Ja, gut, Gerüchte gibt es, aber es gibt in China eben genau gegen AIDS. Dieser Wissenschaftler ist ja verschwunden, der diese genetisch veränderten Babys da auf die Welt gebracht hat, also durch ihre Mütter natürlich, und der denen Genabschnitte, die die Möglichkeit, an AIDS zu erkranken, ausschließen. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Aber man könnte auch den Universal Soldier damit basteln. Alles, alles kann man halt damit basteln. Pflanzt Männern sowas ein, dass die eigentlich grundaggressiv werden. Du pflanzt ihnen noch ein, dass sie Mörder Muckis kriegen, schneller, weiter, höher rennen, springen und töten können. Und schon hast du eine Armee von Hulks da. Ja, und nur mal so nebenbei, ich suche es jetzt aber nicht extra heraus, an der Münchner Uni, da ist jetzt auch mittlerweile, hat es Versuche gegeben zur Organtransplantation, und dort wurden Schweineherzen, Pavianen eingepflanzt, und diese Schweineherzen, die wurden vorher gentechnisch verändert, so, dass es dann bei den Pavianen keine Abstoßungsreaktion gab. Natürlich, wie viele Paviane da zuvor eben qualvoll auch zu Tode gegangen sind, zum Beispiel unter anderem, weil das Herz sich dann eben vergrößert hat, ist ja dann gewachsen und hat den Brustkorb quasi gesprengt, alles so Nebensächlichkeiten. Und in fünf Jahren, und das ist also eine amtliche Meldung auch, will man den ersten Versuch am Menschen wagen, also öffentlich, dass dann ein Versuchspatient sagen kann, so hier, mein Herz ist Schrott, und ich lasse mir jetzt mal so ein gentechnisch verändertes Schweineherz einpflanzen, und es soll dann tatsächlich auch nicht mehr zu Abstoßungsreaktionen kommen, dass man halt noch diese Medikamente nehmen muss, wie heutzutage eben bei Organtransplantationen. Und auch das ist ja etwas, was man vor ein paar Jahren noch gedacht hat, das ist Zukunftsmusik. Ich glaube, die Fortschritte, die kommen immer schneller in diesem Bereich. Und was da alles möglich ist mit der Gentechnik, ja, da kann es einem wirklich nur vorgruseln. Manche finden das ja vielleicht ganz gut und sagen, ja gut, dann brauchen wir keine menschlichen Organspender mehr, dann nehmen wir halt Schweine, ob die jetzt gegessen werden oder als Organersatzteil lagerdienen, was soll's. Ja, naja, man hat ja bei Organtransplantationen durchaus die Erfahrung gemacht, dass die Persönlichkeit nicht nur in deinen Gehirnnervenzellen sitzt, sondern irgendwo im ganzen Körper verteilt ist. Und die Organempfänger zeigten dann zu einem sehr großen Teil, habe ich zumindest gelesen, auf einmal Eigenarten, Neigungen, Verhaltensweisen, die von dem Spender stammten. Na du, dann, klar, wenn dann der Nachbar plötzlich grunzend bei dir im Garten steht, dann weißt du, der hat ein Schweineherz bekommen. Und sich im Matsch zuhlt. Wolfgang, das ist ja, nachher kriegen wir wieder Beschwerden. Ich mir den, wenn ich mir den ein oder anderen, na ich, aus. Wolfgang, lass. Ich hab da so einen ganz bestimmten Herrn im Auge gehabt. Nein, 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 lass. Vielleicht weiß der ein oder andere, wen ich meine. Es sei auch dahingestellt. Ich hab keine Ahnung, nein. Du meinst deinen Nachbarn. Ja, ja, ich hab keinen Nachbarn. Wir haben hier noch eine ganz lustige Meldung auch. Na ja, für wen ist mal die Frage. Ja, genau. Also das ist recht schnell erzählt. Da gibt es einen Herrn Stephen Wood in Großbritannien. Und die sind ja immer politisch besonders korrekt. Der also mehrfach schon vorbestraft ist wegen Vergewaltigung. Und zwar mehrere Frauen. Und dann hat er noch seinen Nachbarn erstochen. Und dann kam er aber auf die Idee, vielleicht zeigst du noch mal dieses Profil oder dieses Gesicht. Dann kam er aber auf die Idee, dass er eigentlich eine Frau ist. Und deswegen wurde er dann auch politisch korrekt und gendermäßig gerecht ins Frauengefängnis in Newhall in Great Britain verlegt. Und dort hat er dann also gar nicht lange gefuckigt, sondern die weiblichen Mitinsassinnen aufs Ärgste sexuell bedrängt. Aber er hat sich nicht, er hat also nur Frauenkleider getragen, aber er hat sich nichts irgendwie abschnippeln lassen oder so. Ja, das, also wie gesagt, das war eine nicht invasive Transformers, Trans-Dingster-Boomster. Und hat also auch wohl den Drang verspürt, alle seine oder viele seiner Mitinsassinnen davon zu überzeugen, dass das auch noch da ist. Und sie berührt und das sich entblößt und so weiter und so weiter. Und daraufhin hat man sich dann von Seiten der Anstaltsleitung fürchterlich entschuldigt, dass das vorgekommen ist und überhaupt. Und das geht ja gar nicht. Und dann musste er natürlich doch ins Männergefängnis. Und also er hat das angefochten. Er fühle sich überhaupt nicht von Frauen angezogen. Er sei doch selber einer. Aber die Menge der Opfer und deren übereinstimmende Aussagen waren dann doch nicht ganz so passend für das, was er von sich behaupte. Und deswegen kam er also dann in das Männergefängnis, wo es mit Sicherheit für ihn, wenn die wissen, wer er ist und was er so gemacht hat, in einem Männergefängnis, wird er eine interessante Zeit verleben, denke ich mal. So, und da muss man sagen, jetzt überlegen die schon in den, also es melden sich jetzt auch Leute, Soziologen und so weiter. Man überlegt jetzt stark in Großbritannien, wie man denn geschlechtergerecht jetzt diese ganzen Sonderfälle behandeln soll. Ich nehme mal an, statt Männer- und Frauengefängnisse wird es jetzt 26 verschiedene Gendergefängnisse geben. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. In den Staaten unter Trump hat man ja gesagt, es gibt nur die zwei biologischen Geschlechter und nach denen werden die auch aufgeteilt und nur in ganz besonderen Fällen. In ganz besonderen und unter besonderen Umständen kann das im Einzelfall anders gehandhabt werden, was aber in den Staaten weit geprüft werden muss. Aber warum sind, wenn alle gleichberechtigt sind, warum gibt es dann überhaupt gesonderte Gefängnisse? Warum gibt es dann nicht gemischte Gefängnisse für Frauen und Männer? Das frage ich mich auch beim Fußball. Warum gibt es noch Herren- und Damenmannschaften? Wir bräuchten eigentlich jede Position da auch doppelt besetzt, also einen männlichen und einen weiblichen Torwart, 10 Sternchen und so was. Also eine gemischte, gendergemischte Mannschaft, auch beim Boxen, Frauen gegen Männer. Ja, warum denn nicht? Na, da gab es noch mal einen. Ja. Den Stefan Raab mit dieser Regina, hast du nicht gesehen? Halmig, ja. Der hat auch ordentlich was auf die Nase bekommen. Aber ... Naja, ist ja kein Profiboxer, aber ein richtiger Profiboxer, der haut natürlich auf die Nase. Natürlich, aber gut, das hat er aber gut gemacht, Stefan Raab. Ja, ja, also da hat er auch total Haltung immer gezeigt. Also da muss man sagen, da hat er sich von nichts gepackt. Aber wir haben das Problem ja auch jetzt im Sport. Die Berliner Sportsenatorin, die hat also nun gesagt, dass sie sich um die Gendergerechtigkeit im Sport kümmern möchte. Und es gäbe eben nun mal mehr als zwei Geschlechter. Und da kann ich nur sagen, wir wissen ja alle, wie oft schon Fälle disqualifiziert worden sind, wo zum Beispiel Frauen sich männliche Hormone haben verpassen lassen, sodass sie halt kräftiger sind, mehr Muskeln ansetzen, größeres Lungenvolumen und damit natürlich die Siege einfahren. Wenn du jetzt lauter ... Also du brauchst ja nur 30, 40 in ganz Deutschland Transgender-Frauen oder Männer. Was bist du dann, wenn du von Mann nach Frau Transgender-Frauen? Was weiß ich, Transist, Tralala, irgendwas, ja. Also wenn du jetzt transsexuell von Mann nach Frau gehst und hast aber die ganze Physis eines Mannes, seine Lungenvolumen, seinen Muskelstärken, all das, was damit zu tun hat, den Grundumsatz höher und was nicht alles, die räumen doch alle Preise ab. Ja, natürlich. Da hat doch eine normale Frage gar keinen ... Was glaubst du, was das für eine Verstimmung gibt, wie die echten Frauensportlerinnen stinkig werden, wenn ihnen die körperlich überlegenen Transsexuellen einfach die Pokale abräumen? Ja, deswegen gibt es ja eben die verschiedenen Gewichtsklassen in den Kampfsportarten beim Boxen und beim Ringen und so weiter. Das wird natürlich alles ad absurdum geführt. Das ist einfach Irrsinn. Und man kann wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da für ein Vorschlag dümmer als der nächste. Ja, stell dir das mal vor. Dann müsstest du eine eigene Boxweltmeisterschaft zwischen Drag-Queen-Boxer, Sternchen innen, die aber wiederum nicht mit Transfrauen oder Transmännern boxen dürfen, die aber wieder nicht mit Homosexuellen ... Also es ist doch völlig ja ... Wie willst du das überhaupt noch in die Reihe kriegen? Ja, das ist ... Wo willst du dann noch von Doping reden? Und grundsätzlich, also wenn ich dann zum Beispiel in Frauenkleidern auf die Damen-Toilette gehe, dann bin ich dann ... Früher war ich dann Spanner und heute gehe ich dann straffrei aus oder so. Das ist auch einfach ... Ja, du bist eine Unverschämtheit, wenn du dafür blöd angeredet wirst. Ja, richtig. Dann sage ich so, ich fühle mich heute als Frau, deswegen gehe ich mal auf die Damen-Toilette und gucke da auch mal so ein bisschen rum. Ja, es ist einfach vollkommen krank, was da wirklich abgeht. Ja, also an so einem Fall, siehst du es mal wieder, da wollten sie total gendergerecht sein und voll auf der Welle mitschwimmen und der Typ vergewaltigt dann Frauen da. Genau. Und so, ich habe jetzt mal gerade zum nächsten auch Irrsinnsthema übergeleitet, finden wir auf Watergate TV, das dunkle Geheimnis der Elektroautos. Es ist ja auch nichts Neues und jetzt ist ja das Kind in den Brunnen gefallen mit den ganzen Fahrverboten. Ich habe es heute Vormittag schon gesehen, dass heute Abend im Staatsfunk, den ich ja selber nicht konsumiere, auch eine Sendung läuft, da kommen dann mehrere Lungenfachärzte, Mediziner zu Wort, die bestreiten, dass die Fahrverbote irgendeinen Sinn hätten und dass es auch keine Feinstauberkrankungen gäbe. Punkt mit den aktuellen Grenzwerten. Und hier wird nochmal bei Watergate, da geht es um Lithium-Batterien, wo den Lithium abgebaut wird, zum Beispiel bei brasilianischen Ureinwohnern und dass das halt alles nicht so toll ist. Und die Elektroautos da eben doch in der Gesamtbilanz dann alles andere als umweltfreundlich sind. Ja, oder im Kongo, da wird ja das Kobalt abgebaut in diesen Minen. Diese Minen sind Todesfallen, weil die zu primitiv sind. Und da arbeiten sich nicht nur die Erwachsenen kaputt, sondern da werden kleine Kinder komplett vergiftet damit und verrecken ganz elendiglich. Weißt du, da wirst du hier sofort als Rassist oder sonst was beschimpft. Wenn du das siehst, da gibt es Videos im YouTube, da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, da blutet dir das Herz, wenn du diese kleinen Kinderhändchen völlig kaputt in diesem Matsch nach den Kobaltbröckchen wühlen siehst und dass die da säckeweise, also richtig schwere Säcke schleppen und die paar Cent, die sie dafür kriegen, die reichen kaum, dass sie davon leben können. Also da zerreißt es dir doch das Herz. Und das stört aber die ganzen Gutmenschen und übergutmenschen und politisch korrekten, wenn es die Elektromobilität erfordert, dann dürfen die schwarzen Kinder auch im Kongo verrecken. Ja, und dann wird einem Elektroauto, das wird einem also als Innovation verkauft. Man muss mal dazu sagen, zu Beginn, als das Automobil erfunden wurde, es dauerte nicht sehr lange, schon Anfang 1908 oder 1912 gab es schon Elektroautos und es hat seinen Sinn gehabt, warum der Elektroantrieb dann eben für den Individualverkehr eben nicht in Frage kam, einmal wegen der Speicherung, aber auch wegen der Stromkapazität. Wenn alle Autos elektrisch betrieben werden, wo soll die Energie bitte schön herkommen? Das wäre mal die erste Frage. Und wie wird die erzeugt? Das wird immer unterm Tisch fallen gelassen. Natürlich hat ein Elektromotor viele Vorteile, hat auch der Motor als solcher einen höheren Wirkungsgrad, wenn man vernachlässigt, wo eben die Energie herstammt und er ist in der Fertigung auch wesentlich unkomplizierter herzustellen. Aber es hat ja nicht nur an den bösen Kapitalisten und den Erdwühlgesellschaften gelegen, dass man dann eben die Kraftstoffautos, den Verbrennungsmotor umgesetzt hat, weil zu dem Zeitpunkt gar nichts anderes ging. Und das ist eben auch heute noch so der Fall. Und auch Windräder werden einem ja als Innovation, also Windräder, das ist eine Technik. Seit wie vielen hundert Jahren wird Windkraft für Windmühlen? In Holland war geflastert davon. Genau. Und warum kommen die eigentlich nicht? Das wird als Fortschritt, das ist doch ein Rückschritt, wenn wir eigentlich sagen, so hier, das ist jetzt das Nonplusultra. Ja, also das ist eine der ersten Energienutzungen gewesen, ja, Wind- und Wasserkraft, Wind- und Wasserräder. Das sollte man eigentlich nie vergessen, sodass, also die wirkliche Innovation war eben tatsächlich der Verbrennungsmotor gegenüber der Dampfmaschine. Und den jetzt einfach so einzustampfen und zu sagen, das bringt nichts, das ist einfach blöd, ja. Und Alternativen gäbe es ja auch, Flusszellenmotor, da gibt es ein sehr reifes Fahrzeug in der Schweiz mit dieser Salzwasser-Geschichte da, was dann letztendlich dann wieder eine Brennstoffzelle, dann ist, das wäre alles wahrscheinlich einfacher machbar, als wie eben jetzt hier dieser Zwang zum Elektroauto. Und dann, wenn man eben die Speicherung da sieht, ist es kein Vorteil, sondern eher eine, nicht eher, sondern ist eine Verschlechterung. Kann man hier nachlesen. Ist jetzt auch nichts Neues, aber ich denke, sollte man immer mal wieder hervorkramen. Naja, du musst nun auch sehen, dass sie im Grunde genommen, ist ja die Zielgeraden nicht, alle haben ein Elektroauto, sondern wir machen das jetzt alles immer so lange schwieriger, dass nur wenige sich Elektroautos kaufen können, das ist klar. Aber den anderen vermurksen wir es immer weiter, bis sie sich nicht mehr wehren können. Und dann gibt es nur noch öffentliche Verkehrsmittel. Den Individualverkehr will man weghaben. Genau. Das ist einfach das, worum es hier geht. Und man merkt doch auch, dass die Autobauer sich überhaupt nicht wirklich gegen dieses Dieselfahrverbot wehren. Sie sind jetzt der Meinung, ja, dann kaufen die sich jetzt erst mal alle Benziner, da haben wir wieder. Und danach, naja, dann danach Elektroautos und so. Denken die schon, was sie alles neu verkaufen können, dass die Leute das finanziell gar nicht mehr hinkriegen. Das ist eine andere Sache. Und es gibt übrigens ein Video, das ist hochinteressant. Da hat man bei BMW gesagt, nö, also Hardware zum Aufrüsten für Dieselfahrzeuge, das geht nicht, das ist viel zu schwierig, das dauert Jahre, bis es entwickelt ist. Eine platte Lüge. In den USA haben die BMWs alle, weil die strengere Abgaswerte haben, haben die alle so einen Cut. Und auch hier haben die Autos von BMW, also zumindest ab einer gewissen Produktionslinie, schon die voreingerichteten Aushöhlungen im Unterboden. Und da hat ZDF Frontal 21, muss man denen jetzt mal sagen, Chapeau, sich so einen Bausatz aus den USA kommen lassen, hat ihn hier bei einem BMW-Tuner einbauen lassen. Tadellos, blieb deutlich unter der Obergrenze, über die ein Fahrverbot ausgesprochen wird. Und von BMW kamen nichts als Geschwurbel und Lügen, sie wollen es nicht. Sie wissen genau, dass so und so viele BMW-Kunden ihren Wagen dann nicht mehr brauchen können. Aber da muss man natürlich dann erst mal wissen, wo man das in den Staaten bestellen kann und sich dann hier ein neues TÜV-Zeugs da holen. Also so eine, wie sagt man denn da? So ein Gutachten oder Betriebserlaubnis. Also die waren da unterwegs mit solchen Gutachtern und Fachleuten und statt 846 Milligramm pro Kilometer waren es dann 219. Und ich glaube, bei 270 liegt diese Grenze, wo du von dem Fahrverbot betroffen bist. Also da könnten Hunderttausende von BMW fahren, könnten für etwa 1.500 Euro das nachrüsten. und es wird ihnen hier nicht ermöglicht. Und wie sinnvoll das ist ja, also den Feinstaub dann immer noch feiner zu verstauben. Das sagt ja auch, sagt einem ja eigentlich jeder Kraftfahrzeugmechaniker, sagt, naja komm, also das wird ja dann immer feiner. Das geht ja dann erst recht in die Lunge rein. Also je gröber die Partikel sind, desto ungefährlicher sind die eigentlich. Müsste man jetzt tiefere medizinische Kenntnisse zu haben, aber klingt natürlich einleuchtend, ja, dass es am Ende überhaupt nichts bringt, denn es kommt immer noch genau das Gleiche raus wie vorher, eben auch nur in wesentlich zerkleinerter Form. Ach, ist das so? Das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, dass diese Filter halten das auch zurück und müssen dann gewechselt werden. Ja, das wäre so der eine Teil, aber das sagen eben viele, nee, das wird ja trotzdem weiter rausgeblasen und kommt in kleinerer Form da wieder raus. Prima, Nanopartikel können dann auch noch durch die Gefäßwände. Genau, genau, aber gut, das will ich jetzt nicht ganz so behaupten, dass es auch wirklich so sei. Es wird halt eben sehr häufig so gesagt. Ja, ich hatte es noch nicht gehört, also dass das einfach nur noch kleinere Teilchen geschreddert wird. Naja. Genau, dann habe ich einen Hinweis in eigener Sache, wo ich, was mir sehr am Herzen liegt, in ungefähr zweieinhalb Wochen wird es eine Pressekonferenz im Mordfall Peggy Wiederaufnahmeverfahren Ulfi K. geben von der Kanzlei Henning, bei der ich zugegen bin, da wir ja da in dem Fall auch zusammenarbeiten mit dem Unterstützerkreis. Und dort werden wir einige aufsehenerregende Dinge veröffentlichen. Das sei hier soweit schon mal angekündigt. Und nach Möglichkeit werden wir das Ganze auch direkt live im Internet streamen, wenn es denn in Lichtenberg, das weiß ich nicht genau, auch entsprechende Internetverbindungen gibt, die das ermöglichen. Ansonsten eben kurz danach, am 18. Januar, 15 Uhr, die gesamte Mainstream-Presse wird sich dort versammeln. Neben mir persönlich und meinem geschätzten Kollegen, der Glauer von Behördenstress. Wir sind ja da seit Jahren mit dem Fall eben betraut und beschäftigt und arbeiten da ja, also er gehört ja auch zu dem Unterstützerkreis, da persönlich mit hinzu, arbeiten da ja wirklich unermüdlich daran. Und ja, es macht ihr toll und ehrenamtlich. Ehrenamtlich und natürlich überhaupt, wer das Ganze aufgedeckt hat, ist ja letztendlich die gesetzliche Betreuerin vom Ulfikat. Die Gudrun. Gudrun Rödel, die da unermüdlich in den Akten gesucht hat, nach Widersprüchen und dann auch letztendlich fündig wurde. Und dann ihr allein hat er zu verdanken, dass er dann da wieder aus dem Maßregelvollzug entlassen und nicht mehr als der Mörder von der Peggy Knobloch bezeichnet werden darf. Er ist freigesprochen vom Mordvorwurf. Und dann gab es ja jetzt wieder eine Verhaftung. Und an Heiligabend musste der neue alte Verdächtige dann auch wieder auf freien Fuß gesetzt werden, weil die mittlerweile dritte Soko Peggy da jetzt auch sehr merkwürdig argumentiert und an ein Geschehnisablauf, so wie es heißt, festhält, der sich so nicht abgespielt haben kann, wenn man andere Zeugenaussagen die berücksichtigt. Und ja, es wird auch brisantes Videomaterial geben, was wir da veröffentlichen und einiges aus den Akten, die wir da ja auch völlig legal einsehen haben können und sichten dürfen, weil das nun mal so ist. Und ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und es wird auch einen Nachschlag geben, einige Zeit später. Es geht für den Ulfi Kulaj in erster Linie darum, Schadensersatz geltend zu machen gegen das Falschgutacht, nochmal einen Kröber, dem er dann zu verdanken hatte, dass er des Mordes verdächtigt und verurteilt wurde. Alles nicht haltbar. Und es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Und es geht bei dem ganzen Fall nicht einfach nur um den Mord an einem kleinen Mädchen und die Vergewaltigung, sondern die Dimension dahinter ist ja, mit welchem Aufwand die Behörden, also riesige Ermittlerteams, eben alles Mögliche getan haben, um den Fall eben nicht aufzuklären, zu vertuschen. Und dafür gibt es ja ein Motiv. Und dabei werden wir alles dazu tun, um eben dieses Motiv und die tatsächlichen Verantwortlichen dann eben auch zu entlarven. Wow, also das ist schon ein Krimi. Das ist wirklich eine knallharte Geschichte. Und wie gesagt, brisant ist, wer da alles versucht hat, eben zu vertuschen. Und das korreliert, sage ich ja mal so, mit den gängigen Verschwörungstheorien. Das hast du aber hübsch gesagt. Ja, es lässt gar keinen anderen Schluss zu. Und ich will da nicht zu viel verraten. Und so warten wir erst mal halt diese eine Geschichte ab. Und im Nachgang wird es weitere Enthüllungen geben, die dann eben auch in eine gewisse Richtung einfach hinweisen, in die eben schon viele so gedacht haben. Ganz einfach. Und ja, ich halte meine Hand dafür ins Feuer, dass die Informationen auch dem entsprechen, wie wir es hier dann auch publizieren werden, weil wir eben auch wirklich das Material gesehen haben. Wir saugen uns da nichts aus dem Finger und so weiter. Alles, was wir da eben behaupten und veröffentlichen, können wir jederzeit nachweisen. Und irgendwelche Fake News und Spekulationen ins Blaue hinaus, gerade bei diesem Fall, wird es von unserer Seite da nicht geben. Donnerwetter, also Chapeau, das macht ihr wirklich toll. Und das ist nicht ungefährlich. Nein, das ist nicht ungefährlich. Da hat es schon etliche Versuche gegeben, der Einschüchterung auch gegenüber Zeugen und so. Und es sind unheimlich viele engagierte Leute dort an dem Fall dran, die sich das einfach nicht gefallen lassen. Auch Bürger aus Lichtenberg, die da den Mund aufmachen und sagen, nein, das stimmt so nicht, was da gemacht wird. Und wir werden unter Druck gesetzt. Und ja, Leute, denen man einfach wirklich nur Respekt zollen kann, sagen kann, so gut, dass ihr das macht und dass ihr euch so äußert. Ja, man muss da schon sagen, dass das heute geradezu ein Risiko, zum Teil auch ein lebensgefährliches Risiko ist, aufrecht zu sein und die Wahrheit zu sagen und nicht zurückzuweichen. Das kann durchaus so geschehen. Man braucht nur mal an die merkwürdigen Zeugen sterben. Im Fall Dutroux denken. Auch NSU. Und im NSU eben auch merkwürdige Todesfälle, die da geschehen sind. Und wenn man dann eben beachtet, dass eben der Leiter, der Soko Peggy, der zweite Leiter, der eben damals vom Innenministerium, vom Bayerischen, von Gunther Beckstein, mit der Aufklärung des Falls beauftragt wurde, eben auch am NSU-Fall die Leitung übernommen hat, der Herr Wolfgang Geier. Kriminaldirektor. Dann kann man einfach erahnen, welche Brisanz der Fall, Mordfall Peggy eben tatsächlich hat und warum man mit einem irrsinnigen Aufwand, also das kann man anders gar nicht beschreiben, also es wird dann eben nach der veröffentlichen, dann eben auch klar werden, also wie in einem Monty-Python-Film ist da vorgegangen worden. Warum dieser Aufwand betrieben worden ist, das ist einfach ohne bestimmte Hintergründe überhaupt nicht zu begreifen. Und um diese dann benennen zu können, da bedarf es noch weiterer Sichtungen, aber auch da werden wir mit Sicherheit einen Schritt weiterkommen und hoffe, dass wir da auch weitere Hinweise kriegen und da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist auch spannend. Was da so abgeht, ja. Dann habe ich hier nur noch ein kleines Schmanker im Zuge der ganzen Datenklaus-Skandale, hat der von einigen eher systemkritischen, auch durchaus bejubelte Grünen-Chef Robert Habeck seinen Rückzug aus den sozialen Medien verkündet und er hat da wirklich unglaubliche Sprüche über Thüringen abgelassen und PI hat das Video gesichert und da kann man mal hören, wie demokratisch von der super oberdemokratischen Partei die Grünen auch der Herr Habeck nun tatsächlich ist, wenn er einfach mal so frei von der Leber weg spricht und hier haben es die Grünen dann angekündigt, dass man das Video falsch verstanden hätte, deswegen wird es denn gelöscht und so weiter. Das Netz vergisst nicht, hier ist das Video gesichert worden und das kann sich einfach mal jeder anschauen und ja, das ist einfach, einfach witzig. Ja, manchmal denken sich, das ist ja das Problem, was auch andere schon mal haben, diese Miene Vasiri, also wo wir ja auch schon, auf den Unbestechlichen, die sind überhaupt nicht mehr, sich darüber im Klaren, wie ungeheuerlich das ist, was sie zum Teil davon sich geben. Sie glauben, sie sind die Guten, also diese Miene Vasiri hat gesagt, es täte ihr leid und sie würde es bedauern, dass nicht ganz Deutschland zerbombt worden ist, nicht und so weiter. Ja, aber diese Menschen machen sich gar nicht klar, was sie da sagen. Die sind so davon durchdrungen, dass sie die Guten sind, egal was sie sagen, sie sind ja die Guten und blöken das dann auch schon mal raus, weil sie gar nicht mehr erschrecken vor dem, was sie denken. Ja, es ist ja vor allen Dingen ein Rassismus einerseits sehr gegen Deutsche und dann speziell aber auch gegen Ostdeutsche gerichtet. Unfassbar. Andererseits heißt es dann immer, reden die dann gerne von sogenannter gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die man bekämpfen müsse und irgendwelche Vorverurteilungen und Generalisierungen. Pauschalisierung. Pauschalisierung, ja, überhaupt. Aber Ossis sind grundsätzlich alles Nazis. Das darf man dann natürlich sagen. Deutsche sowieso und AfD-Wähler erst recht. Die darf man auch bekämpfen. Und Kopftuchtag, der war ja irgendwie gestern. Also, wie man als Frau überhaupt nur dafür sein kann. Aktuell ist ja auch so ein Fall einer, ich glaube, 17 Jahre ist es Mädchen alt, die aus Saudi-Arabien geflohen ist und nun von Kuwait aus wieder zurückgebracht wurde, glaube ich, heute Nachmittag, die vom Tode, mit dem Tod natürlich bedroht ist, weil sie eben kein weder Kopftuch noch sonst irgendwie diese scheußlichen Gewänder tragen möchte und auch ansonsten mit dem Islam nichts am Hut hat. Wie man dafür dann einstehen kann und sagt, jeder, der das kritisiert, der ist ein Nazi. Das ist unfassbar. Unfassbar. Also, ich kann nicht einerseits für Frauenrechte und für Minderheitenrechte sein und andererseits den Islam, der genau das alles eben nicht vertritt, den kann ich nicht verteidigen. Anders sieht es natürlich aus mit Moslems. Das ist eine andere Geschichte. Aber den Islam als Lehre und überhaupt irgendwie gleichstellen und dann sagen, ich bin für Frauenrechte und eine Frau muss recht haben, Kopftuch zu tragen. Und heute Morgen noch eine Meldung gesichtet, in Schweden gibt es mittlerweile 40.000 Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung, die ja auch zum Teil eben durch den Islam in der afrikanischen Variante da begründet wird. Das kann man doch nicht gut heißen. Also, es ist einfach ein Witz. Diese Schizophrenie, die da auch manche einfach nicht sehen. Und die stellen sich als demokratisch hin, diese Politiker. Das ist einfach unfassbar. Und Herr Habeck hat sich selbst entlarvt und er kann sich seine Sprüche über die Asylkrise und die verfehlte Asylpolitik der Kanzlerin, bitteschön, sonst wohin schieben. Das habe ich ihm noch nie abgekauft. Also, das ist für mich noch schlimmer als der Herr Bosbach von der CDU, der ja auch da immer rumgetönt hat, aber letztendlich in allen Punkten da auch immer dann dem ganzen Programm zustimmt und nicht die Konsequenzen sieht. Wäre Herr Habeck glaubhaft, dann würde er aus der Partei austreten. Und das hat er hier gezeigt, ja. Naja, also, das ist, naja, das ist, wie es ist. Genau. Und du hast hier nochmal ein Best-of Donald Trump zusammengestellt. Der wird ja auch gerade wieder bösartigst herangenommen. Ja, ich muss sagen, ich habe mir das also angetan. Sein, findet man auf den Unbestechlichen, diese Pressekonferenz aus dem Kabinett mit den Kabinettsmitgliedern um ihn herum, die aber hier eigentlich nicht zu Wort kommen, außer er adressiert sie mal mit irgendwelchen Nebenbemerkungen. Und da kann ich sagen, das ist schon ganz interessant. Auf der einen Seite verallgemeinert er schon sehr stark. Also, was Trump so von sich gibt, da sind dann auch durchaus, also, da kriegt man auch durchaus ein bisschen Schmerzen. Er hat also zum Beispiel, man kann jetzt nur ein paar Punkte herausnehmen, er hat sehr vieles angesprochen, er ist auch sehr vieles angesprochen worden. Natürlich erst mal der Government-Shotdown und die Mauer, weil die Demokraten halt Mauer, also, das ist ein schönes Spielwort, die Demokraten mauern, weil sie die Mauer nicht wollen. Und spielen jetzt, also ich nenne sowas Schisshasespiel, wer gibt zuerst nach, aus lauter Angst, dass das Ding knallt. Und das verteidigt er und sagt, diese Mauer ist, wir reden hier über nationale Sicherheit, über Militär, Syrien, Afghanistan und all diese Länder und so weiter. Und er sagt dann auch, was ist denn an der Mauer unmoralisch? Wenn das unmoralisch ist, sehen Sie sich doch mal den Vatikan an. Die Mauer überhaupt drumherum. Und auch andere Länder haben Mauern und es bringt auch gar nichts, über diese Zuwanderer, die jetzt über Mexiko kommen, irgendwelche Drohnen fliegen zu lassen. Sie sagt ja, es gibt schöne Bildchen, aber es nützt nichts, nur eine Mauer wird sie stoppen. So, also man muss ja auch mal sehen, die Israelis haben entlang des Gazastreifens auch ihre Mauern. Und da ist aber, das ist aber völlig in Ordnung. Bei den linken, bei vielen linken Israelkritikern ist es nicht in Ordnung. Also die sagen ja auch, Israel ist ein Apartheidstaat etc. und finden das ja auch gar nicht gut. Aber im Großen und Ganzen regt sich eigentlich nicht die Welt darüber auf. Das muss man auch sagen. Ja, also das kann man in dem Artikel alles noch ein bisschen genauer nachlesen. Und was ich ein bisschen interessant finde, Trump redet dann auch über Afghanistan, überhaupt den ganzen Themenkomplex, Terrorismus, Mittlerer Osten, Afghanistan, Truppenpräsenz usw. Das ist so ein Themenkreis. Und man sagt ja, man könne ja sehen in Afghanistan, dass dort die Russen, die damals Sowjets waren, ja ewig lang und verbissen diesen Krieg gekämpft haben, aber dann doch abziehen mussten. Und im Grunde genommen hat das mit dazu beigetragen, das stimmt sogar auch, dass die Sowjetunion untergegangen ist. Die hat das Westrussen einfach nicht mehr finanzieren können. Und da war Afghanistan durchaus ein Teil von. Aber man muss auch sagen, das war ja genau der Plan der Amerikaner. Ich weiß noch, dass Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, gejubelt hat, als die Russen nach Afghanistan einrückten und schrie, wir haben sie in der Falle, wir haben sie in der Falle. Dass dann die Amerikaner nachher in dieselbe Falle gelatscht sind, ist natürlich nicht besonders schlau. Und haben meines Wissens, sind das jetzt 19 Jahre, wo die da Milliarden in Geröll und Sand setzen. So und so viele Tote, so und so viele Verstümmelte. Dieses Land ist nur noch ein Trümmerhaufen. Und trotzdem können sie die Knochen nicht aus den Zähnen lassen, die sie nicht... Also dann erzählt er auch noch, ja, also er hat ja schon eine ziemlich handärmelige und recht, sagen wir mal, wenig ziselierte Ausdrucksweise. Und sagt er mal hier so, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Taliban sind unsere Feinde. ISIS ist unser Feind. Wir haben da eine Region, über die ich mit meinen Generälen vor vier bis fünf Wochen gesprochen habe, wo hier die Taliban und da die ISIS steht und dann kämpfen die gegeneinander. Und ich sage mir, dann lass sie sie doch bekämpfen. Warum müssen wir uns denn da ein? Lass sie doch kämpfen. Sie sind beide unsere Feinde. Aber nein, die US-Armee muss da reingehen und kämpft gegen jeden der beiden. Und er sagt, bitte, das ist das Bescheuerteste, was ich je gesehen habe. Ja, das Hauptthema war eben Abzug aus Syrien. Und seltsamerweise hacken die, es gibt also einen Indischen und zwei andere Journalisten, die immer wieder nach dem Zeitplan fragen, The Timetable. Und er lässt sich da aber auch gar nicht ein und sagt also, wir werden da rausgehen, aber ich habe nie gesagt, dass heute oder morgen oder in vier Monaten ist, wir gehen raus, aber das kann ich aber noch nicht genau sagen. So, und dann schiebt er eigentlich den ewig langen Syrien-Krieg auf Obama und sagt also, dass Obama eigentlich Syrien schon aufgegeben hat, als er damals nicht bereit war, sein eigenes Ziel, also wenn die rote Linie, nämlich Chemiewaffen und sowas, überschritten wird, dann würde er eingreifen, hat er dann aber nicht getan. Und er sagt, aber ich habe es gemacht, ich habe da 59 Missaals reingeschmissen. Das war aber sehr viel später. Und er wirft halt Obama in der Beziehung vor, dass man nicht Drohungen aussprechen kann und wild mit dem Zeigefinger schimpfen und dann, wenn es soweit ist, eben nichts tun. Da hat er recht, richtig. Ja, weiß jeder Pädagoge. Entweder... Das weiß man schon bei seinen eigenen Kindern, wenn man da... Und dann kommt aber nichts, dann machen die natürlich fröhlich weiter. Ja, dann hat er sich also hier auch so eine Redewendung ausgedacht, also seit Syrien sei schon seit langem verloren und dann sagt er immer, wir reden hier von Sand und Tod. Es gibt nämlich dort keine Reichtümer, sondern nur Sand und Tod. Er stellt das Ganze so ein bisschen dar, als seien die Amerikaner da nur hingegangen, weil da die bösen Terroristen plötzlich wie Radieschen aus dem Boden geploppt sind und dass sie, die Amerikaner, jetzt eigentlich für Assad, für den Iran, für Russland, in Syrien, die Terroristen alle töten. Also da muss ich sagen, da ist ihm irgendwie was durch die Lampen gegangen, wer eigentlich ISIS, ISIL, die freie syrische Armee und wie sie alle heißen. Und wo die Golanhöhe, sind, ne? Ja, ja, also das ist einfach so, sowohl die Taliban als auch ISIS, ISIL, als auch die radikalen Rebellentruppen sind alle von den Amerikanern, von der CIA rekrutiert worden, ausgebildet, bezahlt, bewaffnet und losgeschickt worden, um diese Länder zu destabilisieren. Damit die USA dort alles übernehmen kann, die Bodenschätze ausnutzen kann, eine Machtbasis aufrechterhalten kann und geopolitisch dort sehr hohe Interessen hat. Und da gibt es sehr viele widerstreitende Interessen, die der Kurden, die von der Türkei, die der Russen, der Chinesen. Das ist, wenn du hinten hochgehst, Aserbaidschan, gehst du nach links, bist du schon in Russland, gehst du nach rechts, bist du ganz schnell im chinesischen Bereich. Das sind Großmächte, die ihren Vorhof da nach ihren Wünschen gestalten wollen. Und Amerika hat da eigentlich nichts zu suchen. Das ist aber eine wichtige Weltregion und deswegen sitzen die da und deswegen wollen auch diese Neokonservativen und Neoliberalen da nicht weg, weil es um Geostrategie geht. Das lässt Trump hier jetzt mal ganz vornehmen unter den Tisch fallen und spielt hier jemanden, der sagt, also was soll man denn da, da ist ja nur Sand und Tod zu holen, also da hätten wir längst gehen müssen. Genau. Und ich finde es lustig, das ist ja eine Urforderung aller Linken, dass die imperialistischen USA sich aus allen Ländern herauszuhalten haben. Wenn es dann aber einer tut, egal warum, dann ist es auch nicht recht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das ist wirklich richtig. Was interessant ist, hier bei Trump als, ja, wie soll ich das sagen, seltsamen Exkurs, also da waren bei mir sofort alle roten Lampen an, als er sagte, na ja, wenn wir also ISIS töten und dann fängt er sich so ab und sagt, also wenn wir das nicht tun, dann wird ja jeder sagen, dann kommen die Terroristen noch am Ende in unser Land. So. Und dann sagt er, und das ist interessant, ja, das könnte zu einem kleinen Prozentsatz möglich sein. Und wissen Sie, wo die sonst noch hingehen? In den Iran, der den ISIS noch mehr hasst als wir. Sie gehen nach Russland, wo sie den ISIS noch mehr als wir hassen. Also wir töten die und dann lese ich, wenn wir, also die USA, da rausgehen, dann freut das Russland. Nun, Russland ist nicht glücklich darüber. Warum nicht? Weil es sie freut, wenn wir ISIS töten. Das machen wir nämlich für sie und wir töten sie für Assad und wir töten ISIS auch für den Iran. Das klingt jetzt dumm. Das ist es aber nicht. In dem Moment, wo die da rausgehen und in Al-Tanf, in diesem Stützpunkt Al-Tanf, wohnen und arbeiten und trainieren die US-Truppen zusammen mit den brutalen, radikalen, islamistischen Rebellen. Ja, das wollen wir mal nicht vergessen. Al-Tanf, das ist also ein Männerwohnheim für Killer. Und da sind noch lange nicht die ganzen Terroristen, Rebellen, weiß der Kuckuck, Taliban, die sind alle noch gar nicht weg. Wenn der sich also jetzt da rauszieht, dann wird es für Russland und Syrien und Irak und Iran eine große Aufgabe sein, diese Gefahr der sich dann wieder neu formierenden Terroristen, die dann jeweils in den verfeindeten Staat einsickern würden. Also die Taliban sind jetzt die Feinde vom Iran und der ISIS ist nicht der Feind von Saudi-Arabien und Russland. Doch, Russland, aber Taliban und Russland geht auch nicht. Also es ist eine etwas unübersichtige Lage. Ja, natürlich ist dann auch Erdogan beschäftigt, der natürlich alles daran setzt, seinen Machtbereich auszudehnen, hat aber dann auch ein bisschen mehr zu tun, als dann heimlich seine ISIS-Truppen zu unterstützen. Der wird darüber auch am Ende nicht glücklich sein. Wollte ich gerade sagen, wenn die Amis da rausgehen, werden die Karten neu gemischt. Ja, halte ich für eine interessante Geschichte. Ja, finde ich gut. Das kommt hier so ein bisschen dümmlich daher. Man liest drüber und denkt, der hat sie doch nicht alle. Das ist aber gar nicht so. Das ist gar nicht so. Die Masche von Trump ist, wenn man das länger beobachtet, meiner Meinung nach, er geriert sich als ein wilder Hund, er scheint einfach nur mit der flachen Hand in den Breitteller zu hauen, erschreckt alles und jeden und eine Forderung, die er vorher oder einen Plan, die er vorher nicht hätte durchbringen können, mit dem kommt er in dem Moment, wo alle vor lauter Panik über die eigenen Füße fallen. Bestes Beispiel Nordkorea. Und wenn er dann mit einem brauchbaren Plan kommt, den er von Anfang an hatte, meiner Meinung nach, dann sind alle so froh, dass dieser Irre wieder irgendwo auf ein brechenbares Gleis kommt, dass sie damit einverstanden sind, was sie vorher nie gewesen wären. Ja, das ist also nicht von der Hand zu weisen, vor allem über Nordkorea, spricht jetzt gar keiner mehr, Dritter Weltkrieg und so, ist alles vom Tisch, mein Gott, was haben die getrommelt und so gesagt, so, dass wir, dass wir schon dachten, wir müssen in den Bunker jetzt sofort, weil der verrückt, nicht weil der verrückte Kim, sondern weil der böse Donald den Kim so provoziert hat, dass er jetzt ausgerechnet Europa angreift oder das ist völliger, völliger Blödsinn. So war die Geschichte und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht, was Donald Trump da, welchen Schachzug er sich da als nächstes überlegt hat. Er hat ja auch Obamacare, das boxt er ja jetzt auch durch, das geht jetzt eine Runde weiter, das wird er wahrscheinlich auch durchkriegen und dann hat er auch über den Weggang von Mad Dog Mattis, also dem ehemaligen Verteidigungsminister, sagte er auch so schön, ja, also er habe diesem General Mattis in Afghanistan, wo der 19 Jahre lang die Gelegenheit gehabt hat, im Prinzip das in Ordnung zu bringen, im ersten Jahr seiner Präsidentschaft 700 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt und Mattis konnte es überhaupt nicht glauben und jetzt im jetzigen Jahr, im letzten Jahr, 716 Millionen, Milliarden Dollar, ach und Mattis war ganz begeistert, he was really thrilled about it. So und dann ist es aber so, dass das ja nicht wirklich viel gebracht hat und dann sagte, sagt Trump, so eigentlich völlig cool, naja, also Obama hat Mattis schon gefeuert und im Prinzip habe ich das auch, weil ich will Ergebnisse. Ja. Das finde ich einfach, so macht er das, ja. Völlig, also das ist zum Teil halt wirklich so, klingt alles so ein bisschen sehr naiv, ist es aber glaube ich eigentlich gar nicht. Nein, nein, sonst wäre er nicht in die Position gekommen, in der er jetzt ist, das ist das Weiße Haus in den USA und da kommt man nicht einfach so herein, wenn man einfach nur ein Dorftrottel ist, der es rein zufällig überhaupt zu ein paar Millionen gebracht hat, so wie ja die Geschichte so erzählt wird. Ähnlich hat man ja eigentlich auch damals über George Bush Jr. so, das war, bei seinem Vater hat man noch gesagt, naja, das war ja auch ein Stratege und so weiter und George W. war ja auch ein bisschen blöd und so weiter, das ist genau die gleiche Geschichte, George W. Bush, der hat da auch eine ganz klare Agenda gehabt und der ist nicht umsonst US-Präsident geworden, dass man ihm den Vorzug gegenüber Al Gore gegeben hat, der sich da nicht hat durchsetzen können. Heute, aus heutiger Sicht muss man auch sagen, zum Glück ist Al Gore damals nicht US-Präsident geworden, da war George W., der ja auch immer sehr dumm aufgetreten ist, der hat aber eben genau das gleiche Klientel bedient, wie eben auch Donald Trump, das eben jetzt auch verstärkt einfach macht, ja, das ist völlig richtig, genau so ist es. Und die Bush, die sind nicht dumm, also und das, was Trump da so erzählt, das ist in Wirklichkeit auch für die Ohren von Joe Sixberg, dem bei uns zu den 0815-Bürger gedacht, also dem kommt der nicht mit irgendwelchen feinsinnigen geostrategischen Erwägungen, da kommt einfach, wie soll ich sagen, die grobe Darstellung Kasperltheater mäßig, aber das, er bricht das natürlich runter und er verschweigt auch extrem wichtige Aspekte, aber letztendlich zieht er seine Agenda durch. Ich habe ja dann am Schluss noch geschrieben, wie er über den Ölpreis, Benzin ist ja plötzlich billiger geworden, weil der Ölpreis runtergekracht ist und da sagte er, das Benzin ist billiger geworden und das ist, weil ich die OPEC-Leute angerufen und gesagt habe, lass das bloß sein. Jetzt steht es auf 44 Dollar pro Barrel, ich habe bestimmte Leute einfach angerufen und gesagt, Leute, lass das verdammte Öl und Gas fließen. Das wäre auf 125 Dollar pro Barrel hochgegangen und wenn das passiert wäre, hätten wir eine Rezession und Depression bekommen, wie früher, wenn sowas geschah und sie haben es gemacht. Also der hat denen mit Sicherheit nicht nur das gesagt. Das mit Sicherheit nicht und der hat auch auf gar keinen Fall mit Robert Habeck und sonstigen Grünen gesprochen, denn die hätten sich ja natürlich sehr dagegen verwahrt. Vielleicht ist es auch das, was sie so besonders an ihm hassen, dass der Ölpreis einfach nicht rausgeht, wenn wir noch denken, 80er Jahre, grüne Forderung, Benzin soll 5 Mark pro Liter kosten. Da haben wir ja jetzt damals alle noch drüber gelacht. Heute hätten sie es gerne, wenn es 25 Euro für den Centiliter kosten würde, sodass dann wirklich gar keiner mehr mit dem Auto fahren kann. Das ist doch das, was sie tatsächlich auf die Fahnen geschrieben haben. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben schon wieder fast wieder anderthalb Stunden um in der ersten Sendung des neuen Jahres. Liebe Niki, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuschauer, wir freuen uns für alle, die heute dabei sind, unserer neuen Sendung an diesem neuen Sendetermin, den wir jetzt für die nächste Zeit einfach so beibehalten möchten, uns ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und wir verabschieden uns bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, freie Presse News mit der bezaubernden Niki Vogt und dem großartigen Wolfgang van der Reit. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.